Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Schön, dass ihr wieder da seid. So, wir müssen zur St. Christobal Krankenstation. Ähm, jo. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sebastian-Bohr-Versichtes-Tänen. Da ist es am geschicktesten, glaube ich, über die Lorenz-Spire-Station, oder? Maschinenraumdruck. Ich glaube, über die Lorenz-Station geht's am besten. Jetzt weiß ich nicht, ob da welche rauskommen, ne? Hm. Mal warten. Das wäre nämlich gar nicht so gut. Dieser Waggon für den Lorenz-Sys-Tek-Turm. Kommen wir mal da hin? Das ist so schwierig, wenn man keine Karte hat. Halterstelle für Sixen Communication Technologies, Technischer Support-Dienst und Gemini Exoplanet Solutions. Halterstelle für Sixen Communication Technologies, Technischer Support-Dienst und Gemini Exoplanet Solutions. So, was habe ich eigentlich noch da? Flammenwerfer, Molly. Uh, der Molly ist wenig. Oh Gott, oh Gott. Da geht's zur Lobby. Workplace Solution. Da ist wieder der Grafikfehler. Oh, wir müssten da lang. Okay, warte. Ich spreche mal geschwind. Aber ich möchte nach oben schnell schauen, ob ich eventuell bei den Räumen reinkomme. Aber wir sind nicht mehr allein. Uh. So, schauen wir mal. Oh, da geht sogar ein Leiter. Da würde eine Leiter hochgehen. Okay, macht's aber nicht. Okay. Oh, sehr schön. Okay, die ist nachgeladen. Die Rohrbombe könnten wir jetzt basteln. Die würde ich doch nochmal bauen. Ah, da fehlt mir jetzt der Schrott. Es gibt's doch nicht. Da fehlt's am Schrott. Was haben wir denn hier? Fehler. Fehler. Okay, Freigabefehler. Transitabbau. Ich habe, wie erbeten, meinen Bericht zur Entfernung des Transitsystems und dessen anderweitiger Nutzung bei Schließung Sevastopols erneut eingereicht. Ich weiß immer noch nicht, wie das möglich sein soll. Ich weiß, Sixen versucht möglichst viel seiner Investition hier wieder reinzuholen. Aber das Teil ist komplett im Eimer. Verbindungen sind durchgerostet. Sicherheitsvorschriften sind über Jahre klar ignoriert worden. Das ist ein Wrack. Es ist ein absolutes Wunder, dass nicht die Hälfte der Bevölkerung bereits draufgegangen ist. Oh, dieser Krach in den Lüftungsschächten. Ich speichere nochmal. So, jetzt komme ich noch schnell auf die andere Seite. Aber wir wissen... Wir müssen da rein. Halt, warte mal. Wenn wir da rein müssen, wir sind doch von da gekommen. Ich weiß es nicht mehr. Hier waren wir schon drin, oder? Ja. Genau, da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir mal gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich verstecke mich nur sicherheitshalber. Oh, es ist runtergekommen. Hä, wieso zeigt es jetzt wieder in die Richtung? Ich verstehe manchmal diesen Scanner nicht. Ich bin hier aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäubung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt. Waren haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherendes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anasidora. Malo hat es geschafft, die Autopiloten kurz zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanzanlegestation. Ambulanzanlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. So, ich gehe jetzt mal wieder hierher. Da ist es zu. Aber anscheinend waren wir hier auch schon drin. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht runter. Den Kippen. Da war ich auch schon drin. Sieht so aus. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ah, warte mal. Hier geht es zur Krankenstation. Weil wir gerade hier sind, würde ich gerne nochmal schnell zum Doktor schauen. Zu unserem Doktor, der uns ja hier mit dem Alien ein bisschen verarscht hatte. Den hat es aber dann am Ende erwischt. Ich glaube, Folge 4 war das. Ich sehe hier einen Start auf meinem Terminal. Malo hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. So. Können wir die Reise hier halt auch noch mitnehmen. Okay. Okay. Das ist die Rezeption. Okay. Da hinten müsste der Lüftungsschacht sein. Wo wir zum Dock gekommen sind. Weil da möchte ich eigentlich hin. Gesperrt. Was? Nein. Emergency Room. Service Elevator. Da ist noch ein Schrank. Den hatten wir doch auch durchsucht. Okay. Bitte. Deinein shaken. Zumbrich. Na war. Was ist das? Nee, warte mal. Wie ist man denn hierher gekommen? Hygienebereich. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie man da hinkommt. Wo ich hinwollte. Hm. Warte, das war mit dem Fahrstuhl, gell? Oh, fuck. Der ist unten. Da ist er. Hm. Na. Ja. Ja, falsche Waffe ist nachgeladen. Oder keine Munition. Ach Gott. Nicht so schlimm. Wir haben gespeichert. Wir haben uns mal die Gegend angeguckt. Da lag Schrott. Das war schon mal sehr gut. Dann lassen wir es gut sein hier auf der Stelle, weil ich... Weil ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich da hinkomme. Wir sind damals mit diesem Fahrstuhl hochgefahren, mussten durch den Lüftungsschacht und da haben wir den Doktor gefunden. Da drüben gehen wir noch rein. Gerät unzureichend immer noch. Hä? Also... Dieses Navi, ne? Das ist echt nicht gut. Oder muss ich da doch durch? Halt, warte. Wir gehen jetzt erstmal hier durch. Hier würde es dann Richtung... Mehrer Pflegebereich gehen. Oh, Gott. Oh. 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 So, wo haben wir denn zuletzt gespeichert? Weil Da, genau Jetzt hat Mein Navi Weil mein Navi hat jetzt gesagt Ich muss hier bleiben Ah, hier lang, okay Merge-Zirung Hier waren wir doch vorhin, oder? Ja Ich muss beim Androiden vorbei Ich muss hier sein, oder? Blutsch bei Gern. Das war nicht gut. Kommt er zurück, oder? Ja, da ist er. Ah, okay. Er ist oben. Ja, da ist er. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, so doof. Ich wollte den Geräuschmacher über die Theke werfen, raus ins Freie. Hm, schwierig. Lauf bitte da rüber. Nein! Ach, komm. Dass das immer so aufs Knack gehen muss, das ist ja Wahnsinn. Hey. Okay. Okay. Was ist das? Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Eine Doppel-Premetration von dem Elenon von dem Androiden. Ei, ei, ei. Oh, gar nichts. Oh, bitte nicht. 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 Und da läuft er. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Ich häng. Ich häng jetzt so brutal. Oh, bitte nicht. Oh, bitte. Oh, fuck. Oh, fuck. Katastrophe. Geräuschmacher, 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 Geräuschmacher da. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Kann der, kann das Alien diesen Typen nicht kaputt machen? Ich werde sie sowieso finden. Was machen Sie hier? Nein. Geh weg. Autsch. Ist das dein Ernst? Du trittst mich? Ich werde sie anfangen. Ich werde sie anfangen. Oh Gott. Jetzt habe ich mich hier echt in so eine beschissene Situation rein manövriert, gell? Ach, hau... Ach, hau... Hau ab! Ach, was du nicht sagst. Lass mich doch einfach in Ruhe. Das bringt ja gar nix. Schießen bringt auch nix, weil da kommt das Alien. Das ist eigentlich alles Quatsch hier. Leuchtfackel. 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 Super. 手. Leuchtfackel. Der sujet. Der Applause. Das sollte nicht hier sein. Wir fahren. Die Under. Wir sind nicht hier sein. Das kann ich sagen. Unidentifizierte Spezies. Wetter, kommen Sie mit mir mit. Was sind Sie? Das ist der Städte-Bereich nicht gestanden. Sender, wie hier in der Runde. Wir sind auch noch einmal hier. Wir fahren ein Dämmungsverstoß, was sagt, das wird sich auch mal im Zeitraum aussehen. Unidentifizierte Spezies. Was machen Sie hier? Was sind Sie? Es gibt wichtiges zu tun. Was ist das? Selbstverständlich bei den Aborten. Sieh das Gamm. Komisch! Die. 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 Ja. Die. Im Wetter, die. Die. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Glück. Was für ein Glück. So, hier ist aber kein Speicherpunkt. Ich bin am Arsch. Ich darf den Scheiß dann nochmal machen. Ei, ei, ei. Ach, da drüben ist die Tür. Oh, Ausweis. Ein weiterer Ausweis. Sehr schön. Das ist jetzt auch ganz wichtig. Verdammt, mein Zugangsgenerator ist nicht stark genug. Malo ist da durchgekommen. Es muss einen Weg geben. Es muss einen Weg geben. Ja, finden Sie eine, was färbt der Stufe 3 für den Zugang? Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Da war was. die Blindgranaten. Die Blindgranaten. Ach, da. Da, 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 da. Ah, jetzt kommt's Alien. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. So, das ist jetzt hier einmal der hier. Abbrechen, 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 abbrechen. Das Alien kommt, oder? Ich hab mich jetzt gerade vertippt. Ich probier's nochmal. Oh, fuck. Abgebrochen. Ziffix. Nochmal. Wie viele Chancen hab ich jetzt noch? Drei. Ich hab über den falschen Knopf gedrückt. So, ich brauch jetzt den hier. Dann. Den. 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 Ah, knappe Geschichte. Hat doch geklappt. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Und Sie? Die Koordinaten sind bereits im System. Oh, spannend, Leute. Ah, was für ein Heckmeck gerade in dieser Krankenstation. Hm. So. Was hab ich denn da? Revolver-Dreischuss? Das sieht so mau aus, gell? Riccardo, hören Sie mich? Gerade so. Rip, Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Okay, ich speichere jetzt erst mal. Sehr gut. Perfekt. Erkunden Sie die Anisidora. Na, hier ist uns nichts mehr. Nee. Jetzt hätte man jetzt meinen können, das wäre das Alien. So von der Form her, beim ersten Blick. Nur so am Vorbeihuschen. Warum hauen wir mit diesem Schiff nicht einfach ab? Ich glaube, wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anisidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland-Yutani-Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Malo hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück. Entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Eine Pumpgun. Wie schlecht. Und dafür so ein Riesenkanister. LM-Link. Privatsignal empfangen. Malo. Heiz sagt, er hat gerade eine Art Signal entdeckt. Lois arbeitet in der Entschlüsselung. Könnte die Nostromo sein. Willst du dir das selber ansehen? Dann der Technikbericht. Technikbericht. 24.10.2137. Malo. Ich musste gerade einige dringend nötige Reparaturen an den... ...was unter Lichtgeschwindigkeitstriebwerken durchführen. Was für ein Wort, gell? Das kann nur in Deutschland so geschrieben werden. So laut, wie die Kiste knarrt hat, ist es ein Wunder, dass sie beim letzten Sprung nichts abgefallen ist. Okay. Dann haben wir es hier. Fürs Erste hält jetzt alles zusammen. Aber bald ist eine Generalüberholung fällig. Und zwar nicht nur für die wichtigen Systeme. Wenn wir so weitermachen, schleichen wir bald per Anhalter durch den Weltraum. Schöne Anspielung. Die Sache wird teuer werden. Hoffentlich hatten sie mit diesem Signal recht. Könnte unsere letzte Chance sein. ...auf eine ordentliche Bezahlung sein. Jedenfalls musste ich den Zahlungscode... ...Zugangscode der Tür zurücksetzen. Der Code... Der neue Code lautet 45.10. Los. Menschenskinder, was ist denn heute los? Ja, heute ist nicht mein Tag. Ich habe natürlich auch schlechte Nachrichten gekriegt. Wir sind außerhalb von Sevastopol. Marlo und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlos Schiff. Sie ist Marlos Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und... Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung... ...und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn Sie nicht davon kriegen, wenn wir an Bord gehen... ...will ich nichts damit zu tun haben. Marlo zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Marlo zahlt nicht mehr, oder? 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 So, haben wir das auch überbrückt. Riccardo, hat sie mich hören können? Die Hauptenergie der Anisidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Hey, Ripley. Willkommen auf der Anisidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Wir haben mehr Arbeit erspart. Wir müssen noch ein paar Lassen in Ordnung bringen. Jetzt bin ich quasi einmal im Kreis gelaufen, oder? Wir sind von dahinten gekommen, oder? Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Sind viele Stellen offen? Ripley, Marlowe hat mich hintergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Taylor! Marlowe, was machen Sie da? Was sich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich hab etwas für Sie. Ich glaube, da war noch einer. Ja. Ich glaube, da war noch einer. Wie eine Spinne. Boster sagt, ihr geht es gut, aber ich habe sie trotzdem in den Hyperschlaf geschickt. Das Ding muss irgendwas getan haben. Vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Silvastopol ist die nassgelegene Station. Ich werde sie nur zu Untersuchungen bringen. Es könnte ein Problem mit der Quarantäne geben, aber der Nostromflugschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun. Was wir tun müssen. Annesidora, hier spricht Marshal Waits auf der Silvastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Silvastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstrecken-Shuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass der Vastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Selbst da noch was vom Kuchen abhaben. Hm. Hm? 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 Ich habe versucht, Foster zu retten. Ich habe sie auf Sebastopol gebracht. Ich habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Wo sind sie denn, die beiden? Ich habe immer das Gefühl, ich vergesse hier irgendwas. Okay. Ich höre einen Speicherpunkt. Ich habe das Gefühl, hier ist so ein Facehacker oder irgendwo sowas unterwegs. Okay, nicht, aber ich kann speichern. Voll gut. Ich glaube, ich muss damals mitnehmen. Das wird dann mitnehmen. Ich bin nosso gef Wein. Okay. Ich bin bereit. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Diese. Dies ist für meine Tochter. Hi Amanda. Diese Nachricht ist für dich. Mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff. Es gab einen Unfall. Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben. Wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach... Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Oh, Gott. Jetzt wissen Sie Bescheid. Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun. Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Ja, da recht. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt! Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Marlo, Fusionsreaktorenüberlastung in Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben AUX. Ich habe es gefunden. So, was müssen wir da für so ein superes Reminigame machen, ne? Okay. Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsturbinell von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Das ist es. Nein. Ah, vertippt. Mann, ey. Heute ist mein Tag. Ich sag's euch. So, 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 so. Bist du, das, bist du. Das ist er hier. Das ist er. Das ist er. Ja. Oh Gott, sie haben's geschafft. Halt, irgendwas stimmt nicht. Ich verstehe nicht. Primär System Einsturz. Systemweite Störkaskade. Oh, scheiße. Marlow hat eine Überlastung erzwungen. Das Schiff wird in zwei gerissen werden. Marlow, kritischer Einsturz. Marlow, kritischer Einsturz. Jetzt müssen wir die Beine in die Hand nehmen und laufen. Okay. Marlow, kritischer Einsturz. Marlow, kritischer Einsturz. Marlow, kritischer Einsturz. Krass auf die Seite, nur komm schon, das schaffen wir. Und raus, los, 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 ja. Schiffskommlungsfehlung Funktion, Dienst Offline. Ricardo, Ricardo! Ripley, die Explosion der eine Sintora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von ihnen angedockte Ambulanzshuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Finden sie einen Weg, die Torrents zu kontaktieren. Oh, Schrott. Das Buch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo, Sebastopol. Bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Ist ja die Chance. Äh, den brauche ich. Ich sag's ja, das ist heute nicht meins. Rezeption. Sind da nochmal Türen aufgegangen? Ne, gell? Da lag noch eine Bindemittlung rum. So. Willkommen bei Siegson Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Warte mal, die Tür, haben wir die damals geöffnet? Ich glaub nicht. Revolver-Munition. Ach, da. Guck. Scheiße, scheiße. Da laufen Menschen rum. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Siegson ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Nein. Die Fuhverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Nein, hier ist keiner. Ich schweiß nur. Ne, geh weiter. Nein. Ne, geh weiter. Oh. 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 Oh, wo komm ich denn hier? Okay. Ein nettes kleines Räumchen. Hier habe ich definitiv schon mal wieder was Neues wieder bekommen. Eine Ausweiskarte. Hier habe ich eine Ausweiskarte. Hier habe ich eine Ausweiskarte. Hier habe ich eine Ausweiskarte. Schon mal hier durch? Vielleicht haben wir hier ne Abkürzung einfach. Der ist eingesperrt. Hm. So geht's it. Dann lassen wir den Androiden ein bisschen für uns arbeiten. Mal gucken, wo er lang geht. Das könnte gut laufen. Dann... Ja. Scheiße. Moment. Ich glaub ich hab was gehört. Oh ich bin so ruhig. Da bin ich mal gespannt wo das jetzt ist. Weil ich brauch unbedingt mal einen Speicherplatz. Ich will einfach nur meine Familie wieder sehen. Mehr will ich gar nicht. Ähm. Hm. Wer ist weitergegangen? Es ist ewig her seit ich zuletzt geschlafen habe. Ich muss doch wissen was hier los ist. Sehr gut. Ja okay. Da ist ein Speicherplatz und sehr gut und da werde ich jetzt auch folgend Ende erstmal machen. Gefahr ist nah. Gefahr ist nah. Wissen wir Bescheid. Okay wunderbar. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Alien Isolation. Tschau machts das gut. Tschau machts das gut.